Hallo zusammen, hier ist wieder heute ein Abend, heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute wollen wir uns mal die Schätze anschauen, die es im Patch 10.2.5 jetzt in der neuen Nachtelf City gibt. Und zwar sind wir hier in Amir-Drasil und nicht im Traum, sondern in der normalen Zone, also hier, nicht durchs Portal, sondern einfach hierhin geflogen. Und ja, wenn ihr alles mitnehmen wollt, in Valdracken gibt es oben auf dem Turm eine Quest, die führt euch auch daher. Da könnt ihr euch ein paar Cinematics anschauen mit ein bisschen Lore. Solltet ihr auf jeden Fall vielleicht vorher mitnehmen. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr mit mir zusammen jetzt einmal die Kisten abfliegen. Ich habe mir die hier schon auf der Karte einmal anzeigen lassen. Das müsste Handynode sein. Und da können wir alles mögliche an T-Mock mitnehmen. Es gibt auch noch einen Händler, der hat auch noch mal ein bisschen T-Mock. Und ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt einfach mal an und flattern das einmal ab. In All the Things, in dem Add-on, sind die Sachen auch drin. Also falls ihr das nutzen wollt, könnt ihr es auch anhand dessen machen. So, und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal durch, schauen uns die erste Kiste an. Und zwar, die müsste hier irgendwo in dem Haus hier drin sein. Und jetzt schauen wir mal. Ne, oben ist sie nicht, dann wahrscheinlich unten. Ah, Moment. Ah, das ist der Speer hier. Den können wir auch anklicken. Und da seht ihr es einmal schon im Vorschaufenster. Das ist einmal eine Stangenwaffe. Ja, sieht ganz schick aus. Die können wir jetzt schon mal lernen. Beziehungsweise, ich sage euch jetzt mal die Koordinaten, das ist da auf 53, 56. So, dann flattern wir mal weiter. Den Flugpunkt können wir oben auch gleich mal annehmen. Da können wir nämlich jetzt auch in die kompletten Dracheninseln düsen. Macht aber, denke ich mal, eh keiner, weil mit Drachenfliegen ist oder Drachenreitern ist man doch deutlich schneller. So, hier haben wir das nächste Teil. Und da muss es anscheinend irgendein Schild geben, oder? Ja, ja. Schauen wir mal, wo das Schild ist. Das hier wird es sein, ne? Also, das liegt direkt hier an der Schmiede dran. Klicken wir es mal an. Das kann ich jetzt nicht gleich lernen, aber ihr seht, das Ding ist accountgebunden. Und dementsprechend kann ich das jetzt zum Beispiel zu irgendeinem Krieger schicken oder einem Schamanen, Paladin, der kann das dann lernen. Und das war jetzt hier oben bei den Koordinaten 47, 56. Dann düsen wir mal weiter. Hier unten gibt es übrigens noch einen Händler, den werden wir uns auch angucken. So, als kleines Extra-Goodie. Also, erstmal hier aber noch in die Hütte rein. Hier oben müsste das irgendwo sein. Und das ist ein Horn. Ja, aber wo ist das? Ich habe mir jetzt angezeigt, dass es genau... Ah, das ist relativ klein, seht ihr das? Das ist ein Horn. Und wenn wir da jetzt rüberfahren, das scheint eine Schildhand zu sein, oder? Genau, in Schildhand geführt. Ja, es sieht ganz nett aus. Können wir auch lernen. So, dann würde ich sagen, gucken wir gleich mal hier bei dem Händler vorbei. Und zwar hat sie auch ein paar Waren. Ah, guck mal, wir haben quasi auch wie bei dem Rüstmeister von den Nachtelfen einmal den Wappenrock. Und die Umhänge, die kennen wir aber schon, auch den Ranzen, gut, 16-Platz-Lort ist jetzt nicht so geil. Aber wir kriegen auch gegen Vorräte der Dracheninseln einmal Schultern. Die sind, naja, die sehen jetzt nicht so speciallig aus. Dann einen Wappenrock. Und was haben wir hier noch? Dann haben wir noch einen Rücken. Alles mit quasi Nachtelf-Design. Ja, ist ganz schick. Hier mit dem Baum-Symbol. Die können wir jetzt einmal auch lernen. Das sind hier zwei kosmetische Items. Und der Wappenrock ist ganz normal ein Item, was wir anlegen können. Ja, gut, ich kann den eigentlich auch anlassen, passt. Gut, dann, achso, der war jetzt hier etwa auf den Koordinaten 47, 71, so in etwa. Gut, dann fliegen wir mal weiter. Hier unten haben wir auch noch was. Da haben wir eine Nebenhand. Und die müsste irgendwo hier in dem Ding dran sein. Jetzt gucken wir mal, vielleicht ist sie auch irgendwo oben. Also näher kann ich nicht ran. Ah, das Ding hier. Ich will jetzt nicht sagen, wie das Teil aussieht. Sagen wir mal, es sieht aus wie eine Vase. Ja, okay, kann man machen. Gut, das haben wir jetzt auch noch gelernt. Dann haben wir da unten noch was. Ich fliege jetzt hier standesgemäß mit der Druid-Gestaltung. Ich glaube, das Drachenreit-Mount wäre ein Ticken schneller. Aber hier, ne, hat schon ziemliche Druid-Vibes. Gut, also hier hatten wir das nächste. Warte, das ist ein Schlafsack. Okay, mal gucken, was für ein T-Mock das gibt. Ach, ein Rücken. Ach, schau mal an, da hat man den Schlafsack auf dem Rücken. Das ist ja ganz cool. Hat was. Lernen wir das auch noch. Und die anderen sind dann wieder hier im Dorf. Also einmal nach oben. Wir müssen nachher auch zum Hafen, ne. Da fahren, soweit ich das mitbekommen habe, leider noch keine Schiffe. Aber zumindest, ähm, haben wir schon mal hier, ne. Das Gebaut da oben haben wir auch noch Schätze. Jetzt sehe ich gerade, hier haben wir die Portale. Einmal nach SW haben wir einen Portal. Und wir haben hier auch ein Portal, ähm, nach, ach, in den Hial. Dann nach Valscharar. Okay, und was ist das? Dunkle Küste. Ah ja, okay, das hätte ich jetzt nicht erkannt, dass das Dunkle Küste sein soll. Aber cool, dass hier auch noch Portale sind. Äh, das, den Schatz sollte anscheinend irgendwo hier draußen sein. Schauen wir mal hier. Hier, eine Tasche haben wir da. Und das ist dann eine Schildhand wieder. Das sieht aber genauso aus wie die Nebenhand, die wir eben hatten. Na gut, haben sie wahrscheinlich dasselbe Model genommen, ne. So, dann haben wir jetzt hier außen noch einen Schatz. Also ich habe jetzt nicht mehr zu jedem die Chords gesagt, weil es ja eigentlich alles relativ nah, äh, nah zusammen liegt. Ich denke mal, das, äh, stört dann eher so ein bisschen den, den Spielfluss hier. Jetzt schauen wir mal. Das müsste oben auf dem Turm drauf sein. Oder ist es innen drin? Was soll es denn sein? Ah, also es ist, ähm, wieder ein Horn, so wie es ausguckt. Ah, da liegt es. Seht ihr das? Oh ja, das sieht ein bisschen anders aus als das andere. Ja, würde ich mir jetzt aber in der Tee mocken, sage ich euch ganz ehrlich. Aber für die Sammlung nehmen wir es natürlich mit. Gut. Ach, schau mal an. Die Nachtelfenmodels sehen schon ganz cool aus. Ah, die Schultern haben wir vorher auch bekommen. Ich denke mal, da kann man sich wahrscheinlich die komplette Rüstung zusammenbauen von denen. Gut, dann, also das war jetzt hier auf dem Turm oben, ne. Dann haben wir jetzt noch zwei im Außenbereich und zwei hier in dem Hafenbereich noch. Ihr könnt es natürlich auch gleich mit zum Beispiel dem Krieger machen. Dann könnt ihr auf jeden Fall alle Waffen mitnehmen und müsst nicht hin und her schicken. Ich mache es aber ganz gern mit Main, ne, dass ich so ein bisschen aus der Karte raus habe, dass ich alles abgeklappert habe. So, jetzt sind wir ja ein bisschen weiter weg von der City. Wir sind jetzt hier in dem Gebäude auf den Koordinaten 29, 28. Und da müssten wir einen Bogen haben. Den kann ich auch nicht lernen. Ja, der sieht ganz schick aus. Bisschen dünn, muss ich sagen, so von der Textur. Aber sonst eigentlich ganz schick. Okay, den kann ich dann auch meinem Krieger schicken. Dann haben wir hier oben noch eins. Das ist ein Dolch. Das müsste ich dann auch wieder lernen können. Na, lass mich raten. Das ist bestimmt oben auf dem Turm. Der ist irgendwo da hinten. Ah. Also ehrlich gesagt hätte ich jetzt lieber diese krassen Runenklingen. Ah, schau mal. Da haben wir auch Nachtelf-DKs. Hätten sie aber auch so eine Runenklinge springen lassen können. Naja. Und schau mal. Hier diese Dunkelläufe haben wir auch. Oder Waldläufe. Also es sind eigentlich für alle Elfen gesorgt, so wie es aussieht. Okay, den lernen wir jetzt mal. Ja, hat ein simples Design, aber macht was schon was her. Und dann flattern wir jetzt mal noch zum Hafen. Da haben wir noch einen Umhang, so wie es aussieht. Und was ist das andere? Noch eine Nebenhand. Okay, es sind ziemlich viele Umhänge und Nebenhände dabei. Also ich glaube, so alle Rüstungsklassen sind gar nicht am Start. Also ich glaube, Kleve hatten wir jetzt auch keine. Wobei, da gab es ja auch schon eine Extrige quasi im Traum. Jetzt können wir uns auch so ein bisschen das mal angucken hier. Eigentlich eine ganz coole Hafenanlage, ne? Hat schon was. Hier dann noch ein kleiner Turm. Okay, also das Erste müsste jetzt hier in dem Gebäude drin sein. Und zwar müssen wir wahrscheinlich hier hoch, schätze ich mal. Ah, die Tasche. Die haben wir wahrscheinlich auch auf dem Rücken. Ah, okay, vorhatten wir in den Schlafsack. Jetzt haben wir quasi noch mal eine Tasche. Die ist aber in diesen ähnlichen Farben, so ein bisschen violett. Und dann müssen wir einmal noch hinter. Wobei, da ist jetzt schon ein Schiff, ne? Ich weiß auch nicht, ob das losfährt. Wahrscheinlich wird das hier die ganze Zeit stehen. Aber ich vermute mal, dass die Schiffe noch für irgendwas gut sein werden, ne? Dass die eventuell dann auch hin und her fahren. Dass das nicht eine Show ist, das Ganze hier. So, und jetzt haben wir hier noch irgendwo was. Hm, wo ist es denn genau? Ah, da liegt es drauf. Guck mal an. Also, und was haben wir hier? Das ist noch mal eine Schildhand. Und das scheint so eine Art Fernglas zu sein. Genau, Fernrohr. Der Schildwache der Kaldorei. Gut, das lernen wir auch. Und damit müssten wir jetzt eigentlich alles haben. Gucken wir auf die Map, ist alles raus. Im Older Things zeigt es auch nur noch die zwei Items an. Die werde ich jetzt mal meinem Krieger schicken. Dann können wir die auch noch lernen. Und ja, damit sind wir dann einmal durch mit dem kleinen Kistenguide hier für die Zone. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video. Gerne auch wieder zu Patch 10.2. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tillar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.